Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag reingestartet. Heute wieder mit Cam. Cam ist wieder in Ordnung. Deswegen sieht man mich jetzt auch wieder. Vielleicht hat jemand es vermisst, vielleicht jemand auch nicht. Egal, auf jeden Fall momentan traden wir bei ungefähr 19.600 US-Dollar. Wenig Bewegung weiterhin, trotzdem kommen wir jetzt langsam an einen entscheidenden Punkt, der uns entweder komplett beflügeln könnte oder wir sehen einfach den nächsten großen Abverkauf. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke. Und noch ein kleiner Reminder, am Wochenende werde ich ein großes Altcoin-Update wieder rausbringen. Also wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Dann schauen wir uns die entweder im Laufe der Woche an oder bei diesem ausführlichen Altcoin-Update. Es kam mir auch schon, ich glaube, 20 oder 30 Wünsche in der Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht, ob ich alle bearbeiten werde, aber ich denke, den größten Teil schauen wir uns dann auf jeden Fall an. So, jetzt zurück zu Bitcoin. Wie gesagt, 19.600 US-Dollar, wenig Bewegung. Wir sind jetzt wieder an den ersten Widerständen hier. Und zwar auf dem 4-Stunden-Chart sieht man hier ganz gut den 200er SMA, den Lila und den 200er EMA. Beide verlaufen zwischen 19.700 und knapp 20.000 US-Dollar. Und wichtig wird jetzt einfach sein, wir haben übergeordnet, wir sprechen das halt wochenlang an, haben wir einfach dieses Falling-Redge-Chart-Pattern. Und dieses sollte sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden. Auf Weekly-Sicht hätten wir noch die ganze Woche Zeit. Auf Daily-Sicht haben wir nur noch heute vielleicht noch 2-3 Tage Zeit, um hier nach oben hin auszubrechen. Glaube ich, dass wir nach oben hin ausbrechen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auf dem 4-Stunden-Chart jetzt, um da wieder zurückzukommen, haben wir auf jeden Fall eine Menge Widerstände. Was ich mir vorstellen könnte, ist ein kleines Fake-Out in dem Bereich der 20.400 US-Dollar. Wie gesagt, wir haben hier unsere letzten Hochs. Wir haben hier noch eine Menge Liquidität angesammelt. Sieht man hier an diesem Volumen im 4-Stunden-Chart. Wir haben aber auch auf noch kleineren Time-Frames hier oben eine Menge, Menge Liquidität, die hier oben rumliegt. Was bedeuten würde, wir könnten hier die Shorts erst ausstoppen, um dann wiederum neue Shorts, beziehungsweise die Market-Maker, neue Shorts hier nach oben hin zu eröffnen. Und dann hier den nächsten Drawdown in Richtung 17.000 US-Dollar zu kriegen. Was momentan meines Erachtens nach auch die wahrscheinlichste Variante ist. Also kurzes Break-Out nach oben, kurzes Fake-Out im Endeffekt. Jeder denkt, geil, wir sind aus unserem Falling-Redge ausgebrochen. Bei manchen sind wir sogar schon ausgebrochen, je nachdem, wie man was zeichnet. Ich habe, glaube ich, da noch eher die konservative Methode gehabt, weil ich einfach nur die Wicks genommen habe und nicht die ganzen Schlusskurse. Aber ist für mich effektiver einfach. Nur mal so am Rande. Trotzdem, so ein Fake-Out nach oben hin kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Volumen nimmt jetzt langsam wieder ab. Und dann einfach mit diesem, ich sage jetzt mal, Fake-Out in dem Bereich der 17K vielleicht, um dann hier wirklich ein Break-Out nach oben hin zu starten. Was mich etwas verunsichert, was ich dazu sagen muss. Und dafür gehen wir mal ganz kurz auf den BTC-Binance-Chart. Und schauen uns einfach mal hier den Daily-Chart an. Und wenn wir das so sehen, sehen wir einfach, dass wir krass viel Handelsvolumen haben. Und das ist wirklich extrem, wie viel Volumen wir haben. Wir hatten die ganze Zeit auf Binance im ganzen Bullrun nicht so viel Volumen, wie wir es jetzt in den letzten Wochen hatten. Wie viel hier oder wie stark hier akkumuliert wurde. Die Frage ist, ist es jetzt Bullish oder Bearish zu werden. Wir haben Zahlen, die auf Twitter rumgehen, dass Euro, britisches Pfund, mehr und mehr Kohle in Bitcoin reinfließt. Das könnte einerseits dafür sprechen, Bankenunsicherheit, Credit Suisse kurz vor der Pleite. Und da steckt nicht nur das dahinter, da steckt die Deutsche Bank auch noch dahinter. Die vierfach so große Auswirkungen hätte wie Lehman Brothers damals. Und bei Lehman Brothers war es ja damals schon so extrem, dass da so viel Kohle in den Markt geflossen ist. Jetzt ging gestern noch auf Twitter die Meldung rum, dass die UN, also heißt United Nations, die Fed davor warnt, weiterhin die Zinsen anzuheben. Das muss man auch mal noch im Hinterkopf behalten. Also meines Erachtens ist es hier eine tickende Zeitbombe. Die Frage ist nur, wann gehen wir noch oben und wie viel Geld wird gedruckt. Weil irgendwann früher oder später kommt einfach dieser Zeitpunkt, wo einfach nichts anderes übrig mehr bleibt, um Kohle zu drucken, um das Ganze überhaupt noch aufzufangen. Man sieht es überall, die Inflationsstaaten steigen. Die Leute verdienen, sage ich mal, nicht mehr oder alles wird immer teurer. Bankenkrise. Die Banken müssen gerettet werden. Dann siehst du hier auf Binance in extrem viel Volumen die letzten Wochen. Klar, es spricht meines Erachtens aber mehr dafür, dass wir jetzt maximal, ich sage jetzt sogar maximal, nur noch bis 16k vielleicht hier runter gehen. Oder hier diesen Pivot vielleicht nochmal antesten. Hier 16, 17k, das sind so momentan meine größten Nachkauflevel. Hat einfach den Aspekt, wir haben hier viel Volumen. Und ich glaube nicht, dass das alles Tradingvolumen ist. Die Longs gehen durch die Decke, also könnt ihr auch nachlesen, BTC, USD, Longs, gehen durch die Decke, während die Shorts einfach seit Monaten und ich glaube seit Wochen einfach gleich bleiben. So ein kurzes Fakeout hier einfach runter, maximal Richtung 16k. Lass es auch vielleicht nur 17k, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Um dann, sage ich mal, hier die Reise nach oben hin anzutreten. Und das sieht für mich sehr, sehr verdächtig einfach nach Spot Orders aus, dass hier sehr, sehr viel und aggressiv auf jeden Fall akkumuliert wird. Und solange das nicht exzessiv nachlässt, keine Ahnung, kann ich mir auf jeden Fall nicht sinkende Kurse auf jeden Fall vorstellen, weil ich einfach nicht glaube, dass das hier gehebelte Long Orders sind, die uns dann hier komplett den Crash nach unten hinbringen. Aber gut, wer weiß, wie das dann mit den Banken und alles aussieht. Aber wollte ich euch nur mal zeigen, weil es einfach extrem, extrem krass ist, wie viel Volumen da zuletzt einfach immer reingegangen ist. So, zurück zum BTC-Normalenschat. Also wie gesagt, kurzes Ding in Richtung 20,4 kann ich mir vorstellen. Fake Out in the Art, weil auch hier noch der Pivot liegt, der aktuelle Monat bei ungefähr 20.100 und dann eben die Trendwende nach unten hin. Und dann überlege ich wirklich schon eine Swing-Position aufzubauen. Hat einfach den Aspekt, habe ich euch gerade erklärt. Schauen wir einfach mal, wie sich das dann entscheidet. Dann, Ethereum hat sich auch nicht wirklich viel getan, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also wir sind so ungefähr jetzt hier, wie wir es eingezeichnet haben, haben noch etwas Luft, weil wir hier oben noch eine Menge Volumen hier liegen haben, bei ungefähr 1.370 US-Dollar. Könnten wir uns doch holen, aber auch hier wenig Bewegung. Die vier Stunden E-Mail-Ribbons wurden jetzt mal wieder durchbrochen, so ganz leicht, aber auch mit sehr, sehr wenig Volumen. Also auch wenig Bewegung, einfach momentan im Markt. Wir warten auf frische Impulse. Und die ist jetzt meines Erachtens eher Bitcoin, als dass es irgendjemand anderes macht. XRP, auch lustige Story, habe ich euch ja gesagt in der Gruppe. Ja, ich möchte auf jeden Fall das Bedienbereich hier noch füllen. Habe aber nicht dazu gesagt, dass der da unten genauso wichtig ist. Also das war Feder von mir. Ich hoffe, keiner ist da in eine Long-Position oder sowas eingegangen. Das waren die zwei Ineffizienzen, die wurden geschlossen. Jetzt sieht es ganz gut aus. Trotzdem, gesamtmarktumfeldmäßig gefällt mir XRP meines Erachtens momentan einfach noch am besten. Hier akkumuliere ich auch noch weiterhin, weil für mich XRP einfach noch relativ stark aussieht. Man könnte jetzt natürlich hier auch sagen, okay, wir bilden jetzt hier wieder so ein Symmetrical Triangle. Ihr wisst, ich trade es nicht, aber wir können es mal so stehen lassen, einfach um zu gucken, ob es akkumuliert. Größere Nachkaufpositionen trotzdem erst hier unten in diesem Bereich bei 0,40 bis ungefähr, ja doch, 0,40. Das ist der Bereich, den ich im Auge behalte, um dann das nächste Retrace nach oben hin zu sehen. Luna Classic, auch noch so ein Ding. Trend ist jetzt erstmal gebrochen. Binance hat 1,8 Milliarden. Luna Classic geburned, auch wieder Bullish News. Überall liest man, ja, Luna geht auf 1 Cent und so. Lasst euch davon einfach nicht beeinflussen. Wenn ihr long-term dran glaubt, kauft vielleicht, aber lasst euch nicht von solchen Bildüberschriften oder sonst was. Also davon halte ich überhaupt nichts. Ich habe hier unten gecallt. Letzte Woche im Video haben wir darüber gesprochen, dass ich hier nachkaufen werde. Und dann, beziehungsweise kaufen werde. Ich war ja vorher nicht drin. Und dann hatten wir einfach diesen extremen Pump. Also jeder müsste sowieso schon hier im Plus sein, wer das auch dann gemacht hat. Im Endeffekt trotzdem Profite nicht vergessen, nicht zu gierig werden hier. Ist mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr hier auf jeden Fall trotzdem aufpasst. So. Dann, was können wir uns da noch anschauen? Ada, auch hier gar nichts. Also wir haben uns jetzt das Tiefere Tief geholt, was wir darüber gesprochen haben. Hier drunter lag die Liquidität, aber auch kein wirklicher Bounce hier raus. Also es ist auch nicht wünschenswert, aber wichtig ist, wir haben die Liquidität geholt. Auch kein neues, höheres Tief gemacht, sondern ein tieferes Tief mit deutlich weniger Volumen. Das ist wichtig nicht, dass ihr hier unten wieder Liquidität anschaut. Also Ada könnte jetzt vielleicht hier auch langsam mal wirklich einen Retrace machen. Vielleicht, dass wir noch so einen kleinen doppelten Boden bilden, was ich ehrlich gesagt nicht hoffe. Und dann zumindest mal ein Retracement im Bereich der 0,46. Aber nach mehr sieht es momentan nicht aus. Aber das war auf jeden Fall schon mal wichtig, dass wir uns den Bereich geholt haben. So, trotzdem muss man noch dazu sagen, wir haben hier drüben noch eine Menge Volumen angestaut bei ungefähr 0,40. Direkt da unten liegt der Pivot. Also das wäre so das bearischste Preis jetzt diesen Monat, dass wir hier nochmal runterkommen. Und dann möchte ich hier wirklich mal eine endgültige Erholung sehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr Altcoin-Wincher habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten noch ganz kurz zu den News. Singapur, Einfluss von Kryptowährungen auf Formel 1-Sponsoring. Sieht man jetzt überall, Crypto.com, OKEX, keine Ahnung, wer da noch alles Werbung macht. Auch Bybit bei Red Bull, glaube ich, so viel ich gesehen habe. Ja, wird immer attraktiver anscheinend auch für Krypto-Dienstleister oder sonst was, Kryptowährungen, da Werbung zu machen. Werden den Artikel interessiert, gerne vorbeischauen bei CryptoGuru. Link unten in der Videobeschreibung. Und nochmal ein Reminder. Die Gruppe von Trading on Air ist jetzt auch unten in meiner Videobeschreibung. Ich bin bei denen wiederum in der Videobeschreibung. Also ihr seht, unsere, ich sage jetzt mal, Partnerschaft oder Kooperation läuft hier eigentlich ganz gut. Also wenn ihr Bock habt, gerne bei den Jungs vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen startenden Tag. Wir hören uns, denke ich, dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin, nicht zu gierig werden. Kurze Erholungsphase möglich. Ansonsten weiterhin erst einmal noch ein bisschen Downside gerichtet. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Krypto. Stay Krypto.